hallo leute herzlich willkommen auf den kanal ist und heute schon mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde rufloch es wird tausend kilometer auf die schnee heute spielen wir einen teig und ja hier starten auch mal direkt rein in den macht zeig und so heißt das wie teuer ist infiniti geld gar nicht mal so teuer diese teigungs hast du ja immer mit dem drücken hier das ist ja absolut nervig da hole ich mir direkt den neuen einzig gute machen wenn man gerade nichts zu tun hat kann man hier halt klicken was ist sie schon wieder los ok dem einen shop damit das keine deutschen erst gemacht haben oder warum haben dieses geschäft genannt nennst doch shop oder so ergebotenen fähigkeiten ein wiedergeburt muss nicht verstehen so ich kann habe sogar genug geld um noch ab egal was geht hier ab einer 100 dollar nicht mache ich nicht was ist das denn hier irgendwie alles durch die gegend schon mal was so was ist das tausend ein guter dropper junge diese namen warum wir mal kurz ein paar wände kommt man hier noch durch ja ja ich habe mich einfach durchgepackt wir gehen weiter klicken das macht ja so viel spaß sie zu klicken ich frage mich wie viel man kriegt wenn man infiniti geld holt so ich glaube das reicht dann klicken 1.300 let's go gesundheitstank ich lade mich selbst sein doch den hier eingeladen ich habe ja mal ein spiel angefangen zu machen ich habe zu wenig geld ich habe ja ich habe ja mal ein kollega ich habe mal ein spiel angefangen ja zu machen allerdings ja hat das dann irgendeiner kaputt gemacht also wirklich das spiel das kannst du nicht mehr richtig spielen und habe ich mir gedacht kommen ich mache auf jeden fall weiter allerdings nicht in diesen jahren jetzt also mit dem spiel das dauert noch eigentlich sollte das 2025 rauskommen ne was er bald wäre allerdings ja kommt es jetzt erstmal nicht ich kümmer mich jetzt erstmal um andere projekte und ein projekt ist nämlich stgm deals und dort kann man günstige spiele kaufen naja das ist dann praktisch meine webseite da kann man günstige spiele kaufen ihr kennt ja vielleicht schon die webseiten wo es dann günstige spiele gibt ja sowas mal in der art mache ich auch und da kommen auch ganz viele spiele rein es sind auch schon sehr viele spiele drin und diese webseite soll 2026 dann released werden vielleicht auch schon vorher ne also ich sag mal so wenn ich fertig bin dann wird sie auch schon vorher released aber ich denke bis 2026 wird die nicht fertig sein ja das dazu ne und mein roblox spiel da werde ich auf jeden fall dann auf jeden fall noch weiter daran arbeiten aber das wird erst gemacht wenn ich ein gutes team habe sag ich mal weil ich brauche da auf jeden fall ein team für alleine kriege ich das nämlich nicht hin zur treppe ist second floor ach so wir brauchen 1500 hab ich nicht bedacht komm noch ein hunderter danke der nächste du auch war für 4000 dieses geld habe ich nicht dunkles kraftpaket 800 roblox ja die habe ich natürlich warum uns erst mal die dinger hier in fäuste was in der sind kommt her meine freunde ich tue euch kennen wenn wir die wieder rein geht gut gehen wir mal nach da was ist dieses ad ist das ist das admin oder was admin befehle ja tatsächlich 1500 alter sorry 1500 ist schon viel aber ja wir haben 5000 let's go hallo maus macht doch jetzt die maus wollte gar nicht verbessert wobei 5000 warum ist das hier immer nur so alles zu teuer er hat draußen spazieren wir können zu dem kollegen gehen ja ich bin getötet komm ich hier hoch nö man kommt man kommt ja eigentlich hoch ich gehe mal auf den baum aber vielleicht komme ich tatsächlich hier oben mit den dingern die bringe auch nichts das ging fast ausgerannt so ok nicht gekriegt schade oha 10k haben wir let's go wir gehen hoch jungen 10.000 das super top alter leg mich am arsch so jetzt haben wir die 10.000 das spiel hängt so wie hoch ist dieses gebäude hier joo Kommt er jetzt hier rüber, oder was? Naja, er bleibt da lieber drin. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like, einen Abrunden, einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Revel vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und drei mal auf dem Tag. Haut rein, oder? Euer Sando. Ciao, ciao. Auch wenn du's grad sieben Stunden trenn, ich würd tausend Kilometer auf mich nehm. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berge klemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. In deinen Armen zu pennen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berg erklemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Bis zum nächsten Mal.